Am 25. März 1989 wurde Charlene Elizabeth Caroline Downs geboren. Aufgewachsen ist sie zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Vater, Karen und Robert Downs, sowie ihren Bruder und zwei Schwestern in den West Midlands. 1999, als sie zehn Jahre alt war, zog die Familie nach Blackpool im Nordwesten Englands. Charlene war ein freundliches und fröhliches Mädchen, das auch viele Freunde hatte. Jedoch war sie auch ein wenig rebellisch und geriet zu Hause und in der Schule immer wieder in Schwierigkeiten. Am 1. November 2003 wurde Charlene gegen 18.45 Uhr zum letzten Mal von ihrer Mutter gesehen. Ihre Mutter Karen war in der Nähe des Stadtzentrums unterwegs und verteilte Werbezettel für ein Restaurant, als sie Charlene und ihre andere Tochter Rebecca bemerkte. Während Rebecca ihrer Mutter mitteilte, dass sie nach Hause gehen wolle, sagte Charlene, sie würde sich noch mit ein Paar ihrer Freundinnen treffen. Karen begleitete ihre Tochter Charlene, als diese ein Münztelefon benutzte, um ihre Freundinnen anzurufen und wartete mit ihr, bis diese auftauchten. Karen sah Charlene und ihre beiden Freundinnen zuletzt in Richtung Winter Gardens gehen. Mittlerweile war es sehr spät geworden und Charlene war immer noch nicht zu Hause. Ihre Eltern beunruhigte das nicht sonderlich, da sie schon ein paar Mal gegen den Wunsch ihrer Eltern zu spät nach Hause gekommen war. Sie versuchten mehrmals, sie auf dem Handy anzurufen, aber sie ging nicht ran. Gegen 23 Uhr beschloss ihr Vater Robert, auf sein Fahrrad zu steigen und in die Innenstadt zu fahren, um nach Charlene zu suchen. Doch leider kam er ohne Neuigkeiten zurück und sagte, dass Charlene nirgendwo zu finden war und auch keiner ihrer Freundinnen war zu finden. Als Karen anfing, sich Sorgen zu machen, beruhigte Robert sie und erinnerte sie daran, dass Charlene ein rebellischer Teenager ist und sie wahrscheinlich einfach bei einer Freundin übernachtet und ihnen nichts davon erzählt hat. Er sagte ihr, dass die beiden ins Bett gehen sollten und dass sie Charlene bestimmt morgen früh wiedersehen würden. Es wurde morgen, aber von Charlene gab es immer noch keine Spur. Robert sagte Karen noch einmal, sie solle einfach ein paar Stunden warten, da Charlene wahrscheinlich noch schlafend im Haus ihrer Freundin sei. Einige Stunden verging und Karen konnte es nicht mehr ertragen und rief die Polizei an, um Charlene als Vermisst zu melden. Die Polizei sagte ihr, dass sie wegen Charlenes Alter mindestens 48 Stunden warten müssten, bevor sie eine Vermisstenanzeige aufgeben könnten. Als schließlich die 40. Stunde anbrach, rief sie erneut bei der Polizei an und teilte mit, dass sie ein ungutes Gefühl habe, weil ihre Tochter heute nicht nach Hause gekommen war. Die Polizei kam daraufhin zu ihrem Haus und nahm eine Vermisstenanzeige auf. Zunächst ging man davon aus, dass es sich um eine Ausreißerin handelte. Karen sagte der Polizei, dass ihre Tochter eine schwarze Jeans mit einem goldenen Adler auf der Vorderseite, einen schwarzen Pullover mit einem weißen Rautenmuster und schwarze Stiefel trug. Möglicherweise trug sie auch eine weiße Strickjacke oder ein weißes Oberteil mit einer Kapuze. Die Polizisten klopften in der ganzen Gegend an die Türen und fragten, ob jemand Charlene gesehen hatte. Aber leider ohne Erfolg. Die beiden Freundinnen, mit denen sie unterwegs war, sagten der Polizei, dass sie nur ein paar Stunden mit Charlene zusammen waren, bevor sie sich um 21 Uhr mit einer anderen Freundin traf. Diese Freundin teilte der Polizei allerdings mit, dass sie zusammen in der Carousel Bar am Nord Pier waren und dass sie Charlene in der Bar zurückgelassen hatte, weil sie nach Hause wollte und dass sie Charlene zuletzt um 22 Uhr dort gesehen hatte. Es vergingen Wochen und Charlene war immer noch nicht gefunden worden. Karen fiel auch auf, dass keine der nationalen oder lokalen Zeitungen über Charlenes Fall berichtete. Nicht einmal ein Foto von Charlene, die als vermisst galt, war zu sehen. Karen setzte sich mit einer Zeitungsfirma in Verbindung und bat diese, über Charlene zu berichten. Der Mann, mit dem sie sprach, willigte ein und sagte, er habe schon vor einiger Zeit von diesem Fall erfahren und bedauerte, dass er nicht darüber berichtet habe. Dieser Mann behauptete, die Polizei habe ihnen gesagt, dass sie nicht darüber berichten sollten, weil es sich hierbei nur um einen Ausreißer und nicht um einen Entführungsfall handele. Das machte Karen und Robert wütend, da die Polizei ihnen nie gesagt hatte, dass sie diesen Fall nur als Ausreißerfall betrachteten und sie konnten nicht verstehen, warum die Polizei sich mit all diesen Zeitungsverlagen in Verbindung setzte, um ihnen zu sagen, dass sie keine Story veröffentlichen sollten. Es gab keine Beweise oder irgendeinen Grund zu glauben, dass Charlene weggelaufen wäre. Es hätten sich so viele Leute mit Informationen über Charlene melden können, wenn sie ihr Bild und ihre Situation in den ersten Tagen veröffentlicht hätten. Aber inzwischen sind mehrere Wochen vergangen und selbst wenn ihre Geschichte in allen Zeitungen oder sogar in den Nachrichtensendungen des Fernsehens zu finden wäre, hätten sie vielleicht nicht mehr so viel Glück. Es gingen viele Anrufe ein, die behaupteten, Charlene gesehen zu haben und eine Person behauptete, Charlene tot auf den Bahngleisen liegen gesehen zu haben. Die Polizei überprüfte jedoch jede einzelne Spur und alle waren falsch. Erst drei Jahre später, im Jahr 2006, gab es zum ersten Mal eine Entwicklung in dem Fall. Die Familie wurde von der Polizei kontaktiert und gebeten, aufs Revier zu kommen. Karen saß mit den Beamten in einem Raum und trank eine heiße Tasse Kaffee, als die Polizei ihr mitteilte, dass sie glauben, Charlene sei ermordet worden. Vor Schreck und Angst ließ Karen den kochenden heißen Kaffee in ihren Schoß fallen und spürte vor lauter Schock und Panik gar nichts. Die Beamten sagten ihr, dass sie zu 99,9% sicher seien, dass sie ermordet worden sei und dass sie noch an diesem Vormittag aufbrechen würden, um den Tatverdächtigen zu verhaften. Die erste Verhaftung betraf den 29-jährigen Iyad Al-Bataki, den Besitzer einer Fastfood-Kette. Er wurde festgenommen, weil er im Verdacht stand, Charlene ermordet zu haben. Der zweite Mann, der verhaftet wurde, war sein Geschäftspartner Mohamed Reveshi, der wegen der Beseitigung ihrer Leiche angeklagt wurde. Die Polizei teilte der Familie mit, dass sie diese beiden Männer verhaften ließ, gab aber nicht bekannt, warum sie die beiden verdächtigen. Charlene's Familie hatte keine Ahnung, wofür diese Männer angeklagt wurden oder was die Polizei ihnen unterstellte. Erst etwa eine Woche später erfuhren es ihre Eltern durch einen hysterischen Anruf von Roberts Schwester, Charlene's Tante. Sie las gerade die Lokalzeitung und stieß dabei auf Charlene's Fall. Die Polizei wandte sich tatsächlich an die Medien und gab ihre Theorie über die Taten dieser Männer bekannt, noch bevor sie Charlene's Familie informiert hatte. Karen erfuhr am Telefon, dass Charlene ermordet und ihre Leiche zerlegt, gekocht und als Kebabfleisch serviert wurde, das in dem Schnellrestaurant an Kunden verkauft wurde. Im Mai 2007 fand der Prozess statt und das Hauptbeweisstück, das die Polizei hatte, um die Kebab-Theorie zu stützen, war eine geheime Tonaufnahme zwischen den beiden Verdächtigen, in der sie gemeinsam darüber sprachen, was sie Charlene angetan hatten. Der einzige Grund, warum die Polizei diesen Beweis überhaupt fand, war die Tatsache, dass der Mann, der die Polizei auf die beiden Männer aufmerksam machte, Iyads eigener Bruder war. Er sagte der Polizei, er habe gehört, wie sein Bruder und sein Geschäftspartner darüber sprachen, wie sie ein Mädchen getötet und die Leiche beseitigt hatten. Die Polizei durchsuchte ihre Wohnungen, ihre Geschäfte und sogar ihre Autos, um sie zum Reden zu bringen. Als sie die Tonbandaufnahme fanden, gab Iyad offenbar zu, dass er mit Charlene Geschlechtsverkehr hatte, sie tötete, dann ihren Leichnam durch den Fleischwolf drehte und ihr Fleisch als Kebab-Fleisch verkaufte. Auf einer anderen Aufnahme ist Iyad auch zu hören, wie er sagt, ich habe sie getötet, ich habe das Mädchen getötet, ich war einfach wütend. Auch Mohammed soll auf diesen Bändern zu hören sein und sagt, es ist nichts mehr von ihr übrig, sie war hier, sie ist verstorben, es gibt wirklich nichts mehr. Allerdings hat keiner der beiden Männer jemals Charlene's Namen erwähnt, so dass man einfach davon ausgeht, dass sie höchstwahrscheinlich über Charlene gesprochen haben. Das letzte große Beweisstück stammte aus der Befragung von Tausenden von Menschen, die in Blackpool leben und sie entdeckten, dass es in Blackpool tatsächlich einen ernstzunehmen Grooming- und sexuellen Ausbeutungsring gibt. Die meisten Männer, die an diesem Ring beteiligt sind, arbeiten in örtlichen Schnellrestaurants, darunter auch das, das den beiden Verdächtigen gehört. Es wurde festgestellt, dass Charlene eines von mindestens 60 jungen Mädchen ist, die in Blackpool zurechtgemacht und ausgebeutet wurden. Die Mädchen bekamen von den Männern Fastfood, Drogen, Alkohol, Zigaretten und Zuneigung als Gegenleistung für bestimmte Leistungen. Charlene war ein ganzes Jahr lang Teil dieses Rings, bevor sie verschwand. Die Polizei dachte wirklich, sie hätte stichhaltige Beweise, um die beiden Männer des Mordes an ihr zu überführen, aber leider hatte sie keine wirklichen Beweise dafür, dass Charlene das Mädchen war, über das in den Bändern gesprochen wurde, und es gab keine Leiche und im Grunde keine wirklichen Beweise, die für eine Verurteilung verwendet werden konnten. Die Geschworenen konnten sich nicht vollständig einigen, ob die Männer nun schuldig oder unschuldig waren. Die Hälfte der Geschworenen war der Meinung, dass es genug Beweise gab, um diese Männer einzusperren und sie des Mordes an Charlene zu überführen, während die übrigen Geschworenen der Meinung waren, dass sie nicht genugen Beweise für eine Verurteilung hatten und dass es nicht einmal Beweise dafür gab, dass diese Männer wussten, wer Charlene überhaupt war. Der Fall wurde schließlich eingestellt und die beiden Männer kamen frei. Es tauchten Informationen auf, dass einer der Geschworenen die beiden Verdächtigen tatsächlich kannte, was gegen die Regeln des Gesetzes verstößt. Es wurde auch entdeckt, dass ein Bruder von einem der Verdächtigen herumging und die Geschworenen verfolgte, um sie auf bestimmte Weise einzuschüchtern, damit sie die Männer für nicht schuldig befanden. Aufgrund all dieser Probleme im ursprünglichen Prozess wurde eine Wiederaufnahme des Verfahrens für April des folgenden Jahres angesetzt. Leider wurde die Wiederaufnahme des Prozesses abgesagt, als die Staatsanwaltschaft mehrere Fehler in den Tonbändern fand. Es deutete alles darauf hin, dass die Person, die die Bänder abgetippt hatte, sich bei der Abschrift vertippt hatte. Unabhängig davon konnten die Bänder nicht mehr als Beweismittel in dem Prozess verwendet werden. Leider gab es ohne diese Tonbandaufnahmen keinerlei andere Beweise, die diese Männer in die Richtung des Mordes an Charlene wiesen, was bedeutet, dass sie nichts hatten, um die Männer in ein Wiederaufnahmeverfahren zu bringen. Die beiden Männer erhielten sogar jeweils 250.000 Pfund als Entschädigung für die falsche Verhaftung und das Durchlaufen eines Prozesses. Eine Woche nach der Aufhebung der Wiederaufnahme des Verfahrens wurde Karen verhaftet, weil sie ihren Mann Robert während eines heftigen Streits mit einem Messer verletzt hatte. Er entschied sich, sie nicht anzuzeigen, da er glaubte, dass sie ihn nicht verletzen wollte, sondern einfach nur mit so viel Schmerz und Verzweiflung zu kämpfen hatte. Charlene's Familie hat sich dafür eingesetzt, dass Iyad und Mohammed erneut vor Gericht gestellt werden. Sie haben viele Proteste unternommen, um die Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen, aber die Familie glaubt, dass die Männer von der Polizei geschützt werden. Obwohl allgemein angenommen wird, dass diese Männer den Mord begannen haben, ist es nicht gelungen, ein Wiederaufnahmeverfahren zu erreichen. Iyad ist seit dem Prozess gegen Charlene mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten, unter anderem wegen Körperverletzung und sexueller Nötigung, kam aber jedes Mal frei. Im Mai 2009 wurde Charlene's Schwester Emma wegen rassistisch motivierter, schwerer Körperverletzung gegen den Bruder von einem der Männer angeklagt. Im Jahr 2012 wurde Charlene's Bruder wegen eines Angriffs auf Mohammed angeklagt. Im selben Jahr wurde Karen von der Polizei verwarnt, nachdem sie beim Verteilen von Flugblättern erwischt worden war, die Iyad und Mohammed des Mordes an Charlene bezichtigen. Dann, zehn Jahre nach dem Verschwinden von Charlene, wurde im November 2013 entdeckt, dass Charlene in ihrem eigenen Zuhause missbraucht worden war. Offenbar hatte Charlene's Familie die meiste Zeit ihres Lebens mit Sozialdiensten zu tun und Charlene galt als sehr gefährdet. Als sie elf Jahre alt war, meldete ein Krankenhaus sie den Sozialdiensten, da sie mehrere Anzeichen für Missbrauch sahen. Als sich die Sozialdienste schließlich wieder mit ihrem Fall befassten, stellten sie fest, dass das Zuhause von ihr von Männern besucht wurde, die wegen Körperverletzung und Vergewaltigung verurteilt worden waren. Außerdem wohnte zum Zeitpunkt von Charlene's Verschwinden ein Mann in dem Haus, der wegen mehrere Sexualdelikte verurteilt worden war, der aber nicht als Verdächtiger im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden gilt. Im Jahr 2017 wurde Nigel Lloyd, 51 Jahre alt, unter dem Verdacht verhaftet, an der Ermordung von Charlene beteiligt zu sein. Er hatte zum Zeitpunkt ihres Verschwindens in Blackpool gelebt und war Inhaber eines Cafés. Die Polizei fand es sehr merkwürdig, dass er sein gesamtes Geschäft aufgab und etwa zur gleichen Zeit, als Charlene verschwand, aus der Stadt nach Preston zog. Nach einem 48-stundigen Verhör wurde er wieder freigelassen, da man keine Beweise hatte, um ihn festzuhalten. Bis zum heutigen Tag ist der Fall Charlene noch nicht gelöst, und es wurden auch keine weiteren Verhaftungen vorgenommen. Amen.